Mitch Vogel, ein Name, der in der Welt des Films und des Fernsehens einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Seine Karriere begann früh und er erlangte Ruhm in der Entertainmentbranche. Doch hinter den glänzenden Scheinwerfern verbarg sich ein tragisches Leben, das von Höhen und Tiefen, von Triumphen und Tragödien geprägt war. In diesem Video werden wir einen genaueren Blick auf das Leben und die Karriere von Mitch Vogel werfen, einem Schauspieler, der die Herzen vieler eroberte, aber auch dunkle Zeiten durchlebte. Mitch Vogel wurde am 15. Januar 1956 in Alhambra in Kalifornien geboren. Schon in jungen Jahren zeigte sich sein bemerkenswertes Talent für die Schauspielerei. Als Kind nahm er an Schauspielkursen teil und entwickelte eine außergewöhnliche Bühnenpräsenz. Seine Eltern erkannten sein Potenzial und ermutigten ihn, seine künstlerischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Der entscheidende Moment in Mitch Vogels Leben kam im Jahre 1964, als er die Rolle des jungen Jamie Cartwright in der beliebten Western-Serie Bonanza übernahm. Diese Rolle brachte ihm nicht nur landesweite Anerkennung, sondern ermöglichte es ihm auch, sein schauspielerisches Können unter Beweis zu stellen. Sein Charisma und seine schauspielerische Begabung fesselten das Publikum und machten ihn zu einem der jüngsten und vielversprechendsten Talente in Hollywood. Mitch Vogels frühes Leben war geprägt von harter Arbeit, Hingabe seiner Eltern und dem festen Glauben an sein Talent. Doch der Preis des Ruhms sollte sich bald zeigen und in den kommenden Jahren würde Vogel mit den Herausforderungen des Entertainment-Business konfrontiert werden. Der Erfolg in Bonanza brachte nicht nur Glanz und Lämmer in Mitch Vogels Leben, sondern auch eine enorme Verantwortung und Erwartungen, die auf seinen jungen Schultern lasteten. Als Teenager wurde er über Nacht zum Star und musste mit den Anforderungen eines stressigen Drehplans, öffentlichen Auftritten und der ständigen Aufmerksamkeit der Medien umgehen. Dieser rasche Aufstieg in die Welt des Ruhms brachte eine unerwartete Belastung mit sich. Die Herausforderungen, die mit dem Ruhm einhergingen, führten zu emotionalen und psychischen Belastungen. Die öffentliche Wahrnehmung und die Erwartungen an ihn zwangen ihn, in einer erwachsenen Welt zu agieren, während er selbst noch ein Jugendlicher war. Dies führte zu einem Gefühl der Überforderung und Verwirrung. Während seiner Zeit in Bonanza musste Mitch Vogel auch persönliche Tragödien bewältigen, die sein Leben weiter komplizierten. Eine der schlimmsten Tragödien war der Verlust seiner Eltern bei einem tragischen Autounfall. Dieses Unglück ereignete sich zu seiner Zeit, als er bereits mit den Anforderungen der Unterhaltungsindustrie zu kämpfen hatte. Der Tod seiner Eltern hinterließ tiefe emotionale Narben und zwang Vogel dazu, frühzeitig erwachsen zu werden. Er musste sich nicht nur um seine eigene Karriere, sondern auch um seine Geschwister kümmern, was zu einer noch größeren Belastung führte. Der Preis des Ruhms in Mitch Vogels Leben war also zweifach. Er umfasste den Druck und die Erwartungen der Öffentlichkeit sowie persönliche Tragödien, die sein Leben auf unvorstellbare Weise beeinflussten. Trotzdem kämpfte Mitch Vogel weiter und versuchte, seine Karriere voranzutreiben und sein Leben zu meistern. Nach dem Ende seiner erfolgreichen Zeit in Bonanza begann Mitch Vogels Karriere zu stagnieren. Der Übergang vom Kinderstar zum erwachsenen Schauspieler erwies sich als schwierig. Die Erwartungen des Publikums waren hoch und es war schwer, geeignete Rollen zu finden, die seinem schauspielerischen Talent gerecht wurden. Dies führte zu einer Phase der Unsicherheit und Enttäuschung. Mitch Vogel fand es zunehmend schwierig, an die früheren Erfolge anzuknüpfen. Die Rollenangebote wurden seltener und er musste sich mit einer Karriereflaute auseinandersetzen. Es schien, als ob sein Ruhm aus Bonanza vorbei wäre und er kämpfte darum, seinen Platz in der Entertainmentbranche zu behaupten. Trotz der Rückschläge und Herausforderungen seiner Karriere gelang es Mitch Vogel in den 70er Jahren eine beeindruckende Rückkehr zu verzeichnen. Er arbeitete hart daran, sein schauspielerisches Können zu verfeinern und neue Möglichkeiten zu erkunden. Dies führte zu Auftritten in verschiedenen Fernsehproduktionen und Filmen. Eine seiner bemerkenswertesten Rollen dieser Zeit war die Hauptrolle im Film Going Home aus dem Jahre 1971. In diesem Film zeigt er sein erwachsenes schauspielerisches Talent und erhielt Lob von Kritikern und Publikum gleichermaßen. Diese Rückkehr in die Welt des Erfolgs war ein Beweis für seine Entschlossenheit und sein Talent. Mitch Vogels spätere Karriere mag zwar nicht die gleiche Strahlkraft, wie seine Anfangsjahre gehabt haben, aber seine Rückkehr zu einem erfolgreichen Schauspieler zeigt seine Beständigkeit und sein Engagement für sein Handwerk. Der Abstieg und die spätere Rückkehr in Mitch Vogels Karriere sind ein Beispiel dafür, wie ein Schauspieler mit Entschlossenheit und Hartnäckigkeit die Höhen und Tiefen der Unterhaltungsindustrie überwinden kann. In seinen späteren Jahren erlebte Mitch Vogel gesundheitliche Probleme, die sein Leben stark beeinträchtigten. Obwohl er einst ein lebhafter, untalentierter Schauspieler war, wurde er von Krankheiten heimgesucht, die seine körperliche und emotionale Verfassung stark belasteten. Die genaue Art seiner Erkrankung bleibt der Öffentlichkeit größtenteils verborgen, aber sie zwang ihn dazu, ein zurückgezogenes Leben zu führen. Die Isolation, in der er lebte, war ein weiterer schmerzlicher Aspekt seines tragischen Endes. Eins von Fans und Kollegen umgeben, fand er sich nun allein und abgeschieden von der Welt des Showbusinesses. Die einstigen grellen Lichter Hollywoods schienen in weiter Ferne und Mitch Vogel verbrachte seine Tage in relativer Anonymität. Das Leben von Mitch Vogel war geprägt von Erfolgen, persönlichen Tragödien, Höhen und Tiefen. Sein außergewöhnliches schauspielerisches Talent brachte ihm Ruhm, aber auch die Bürde des Ruhms. Trotz aller Herausforderungen kämpfte er weiter und hinterließ ein Vermächtnis, das in der Unterhaltungsindustrie weiterlebt. Wir laden Sie herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren, um mehr über faszinierende Geschichten wie die von Mitch Vogel und andere spannende Themen zu erfahren. Bleiben Sie informiert und inspiriert, indem Sie unseren Kanal verfolgen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.